Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Wir stehen hier vor irgendeinem Berg oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau wie er heißt. Wir haben Geki vorne und ich denke mal, dieser Wanderer hier wird gegen uns kämpfen und vielleicht erzählt er uns auch schon eine fette Story über diesen Mountain, von dem ich gar nicht mehr weiß wie er heißt. Vielleicht. Wer diesen Berg überwinden will, muss zunächst einmal mich überwinden. Na, traust du dir zu, ein erfahrenes Bergsteiger-Team wie meines zu besiegen? Ähm, ja, von Pep mit einem Selimantur. Okay, ah ne, das ist ja bloß die zweite Entwicklungsstufe von Kiesling. Die dritte ist ja Brokkolos, glaube ich, ne? So hieß sie, glaube ich. Ähm, na gut, der Vorteil von Megasauber wäre, dass es speziell ist, aber Laubkling ist halt deutlich, deutlich stärker. Geht zwar auf die doch recht gute Verteidigung von Selimantur, aber ich denke, na, okay. Okay, spätestens jetzt, nach der Eisenabwehr, sollten wir vielleicht auch auf Megasauber umsteigen. Ich weiß nicht, ob es dann reichen wird. Ich denke mal, die Spezialverteidigung wird nicht gut sein, aber Megasauber ist halt auch nicht gut. Auch nicht gerade stark. Das könnte sich daher ganz gut ausgleichen. Aber Selimantur ist zumindest schon mal besiegt. Das ist schön. Das ist sehr, sehr gut. Und das gibt einige Erfahrungspunkte. Stimmt, Annika trägt ja derzeit den Epitaler. Ähm, als nächstes Strepoli. Strepoli. Da werde ich, glaube ich, wechseln. Annika ist sogar eines unserer höchst leverigen Pokémon, aber wir können es einfach nicht einsetzen, weil es, ja, viel zu schwach ist. Sollten wir jedenfalls nicht tun, glaube ich. Naja. Ja, ihr habt mir auch noch viele, viele weitere Tipps wieder in die Kommentare geschrieben. Dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Zum Beispiel habt ihr mir, boah, ich habe echt Angst vor diesem Fiene. Zum Beispiel habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, ähm, wo wir das Fossil entwickeln lassen können. Das können wir in, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Ort heißt. S, äh, irgendein City mit S am Anfang. Auf jeden Fall gab es da ja dieses Museum und da können wir das umwandeln lassen. Ich habe mich dann auch dran erinnern, ob ihr das geschrieben habt. Du bist ja ein richtiger Gipfelstürmer. Hm, 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 hm. Ah, ich war bei, bei, bei. Herr Bergmann dabei. Hm, hm, hm. So sieht's aus. Gut, dann lass uns mal reingehen in den... Wird mir nicht angezeigt. Okay, wir sind in irgendeinem Berg. Oh, da vorne ist Sharon. Und Turner. Oh, okay. Ah, Flo. Ja, das bin ich. Ha, da mache ich meinen Rundgang auf dem Wendelberg und treffe auf euch. Ihr scheint stärker geworden zu sein. Ha, ach, wirklich? Ach, übrigens, habt ihr in letzter Zeit Team Plasma gesehen? Ich habe mit den anderen Arena-Leitern gesprochen, aber keiner wusste, wo sein derzeitiges Versteck sein könnte. Wir können also nur darauf warten, bis es sich wieder irgendwo zeigt. Aber ihr habt mir diese ganzen Sachen natürlich nicht zu tun. Schön zu sehen, wenn Kinder wie ihr zusammen mit ihren Pokémon auf die Reise gehen und dabei Spaß haben. Der Wendelberg liegt in einer schönen Gegend. Besonders toll ist es, wenn man diesen Weg hinter sich lässt und... Hm, ich sage besser nichts mehr. Ihr werdet mich schon verstehen, wenn ihr es mit eigenen Augen seht. Also dann, Kinderchen. Hoffentlich bringt euch mein Berg auch als Trainer weiter. Alles klar. Puh, und ich dachte schon, er drückt uns wieder irgendwas auf. Flo, ich werde schon mal vorausgehen. Ja, ja, Charon, mach du mal. Mach du mal. So ein bisschen geht es mir, glaube ich, auf den Sack, dass der Rivale die ganze Zeit mit uns rumpandelt. Oh. What the fuck? Ich vermute, dass der Dude da oben Eis-Pokémon verwenden wird, oder? Nehme ich mal an. Und Eis ist ja nach wie vor nicht gerade unsere Stärke. Vielleicht benutzt er auch gar keine Pokémon. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Schutz wirkt nicht mehr. Hi, wie herrlich ist doch der Schnee. Er begräbt den Schmutz dieser Welt unter seinem reinen weißen Kleid. Okay, vielleicht gibt es hier auch keine Eis-Trainer. Ich muss mal gucken, wann denn hier die nächsten Pokémon kommen. Hier ist auf jeden Fall ein Item. Und zwar ein Leber. Okay. Das ist schön. Wir haben ja jetzt auch wieder... Haben wir jetzt einen Joker? Einen Joker haben wir wieder, ne? Okay, und ich glaube, ich kann hier runtergehen halt. Oder hier oben lang. What the fuck? Das ist vollkommen verwirrend. Vollkommen verwirrend. Aber ich glaube, ich werde Gaggy doch wieder nach vorne packen. Weil, keine Ahnung. Die Eis-Trainer werden schon nicht kämpfen. Und wenn doch, dann wechseln wir halt aus. Das werden wir schon überleben können. Aber ich glaube, hier drin gibt es auch keine wilden Pokémon, oder? Oder Schutz hat gerade aufgehört. Ah, es gibt auch wilde Pokémon. Okay. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Oh, ein Fleck neu. Alles klar. Alles klar. Das ist auf jeden Fall kein Pokémon, was wir uns noch fangen müssten. Weil wir es schon gefangen haben. Und ist auch ehrlich gesagt eines der Pokémon, die ich nicht wirklich mag. Wenn ich ehrlich bin. Ähm. Hier ist gar nichts. Okay. Alles klar. Gibt es eigentlich noch Dings? Oh, ein Petsneef ist hier drin in der Höhle zu finden. Alles klar. Ähm. Gibt es eigentlich noch Kraxler? Also als VM, dass man das einsetzen kann? Weiß ich gar nicht. Ich habe bisher, glaube ich, noch keine Felsen der Art gesehen. Alter, wie direkt wieder ein Pokémon kommt. Also ein paar Pokémon würde ich ja ganz gerne kommen lassen. Um einfach zu sehen, ob es hier vielleicht irgendwas Cooles noch drin gibt. Aber im Moment sieht es stark nach Petsneef aus. Was ich ja auch ganz gerne irgendwann mal trainieren wollen würde. Irgendwann. Aber wahrscheinlich nicht mehr in diesem Let's Play. Ein Ast-Trainer? Sieht zumindest nach einem Ast-Trainer aus. Ursprünglich haben alle Pokémon ein Leben in freier Wildbahn geführt. Darum ist es gar nicht schlecht, wenn man sie hier draußen in der Natur trainiert. Okay, wenn du das sagst. Du bist ja auf jeden Fall ein Trainer, der sich wahrscheinlich mit einem Training ganz gut auskennen wird, ne? Drei Pokémon setzt du ein. Fred. Und ein Rockhaiman. Oh, das ist perfekt für uns. Das ist sehr schön. 35 schon. Heilige Scheiße. Uiuiui. Und er hat drei Pokémon. Nicht schlecht. Wir sind schneller und Laubklinge dürfte eigentlich ausreichen. So gut waren die Werte von Rockhaiman nicht. Genau. Und das gibt ordentlich Erfahrungspunkte, nehme ich mal an. Naja, geht. Geht. Aber für Annika reicht es immerhin, um ein Level zu erreichen, ne? Das ist ja schon mal schön. Als nächstes kommt Mebrana. Mebrana ist auch perfekt. Ich müsste kurz überlegen, was es war. Es ist Wasserbuden. Demzufolge sollten wir da auch absolut kein Problem haben. Ich setze, glaube ich, sogar Megasauger ein. Vielleicht ist das ein bisschen arrogant, aber ich möchte meine Laubklinge noch etwas sparen. Und ich glaube, dass Megasauger auch ausreichen könnte. Reicht es aber nicht. Naja, ist egal. Ist egal. Mebrana greift uns nicht an. Wir überleben das alles wunderbar. Von daher kann der nächste Megasauger kommen. Und dann haben wir Mebrana ohne Probleme besiegt. Wir brauchen zwar zwei Attacken dafür, aber wenn es uns währenddessen nicht angreift, kann ich auch nichts machen. Ich habe dir die Chance gegeben, mich One-Hit zu besiegen, Mebrana. Und du hast es nicht geschafft. Level 34 für Gekki. Wir peilen hart die 36 an. Klicklack ist das nächste Pokémon. Ja, da ist Gekki dann vielleicht eher weniger gut geeignet. Hatte Klicklack jetzt Schwebe? Ich weiß nicht. Klicklack. Können wir sogar Annika eigentlich einsetzen? Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Aber Klicklack war sogar die Weiterentwicklung, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Gerade. Die Verteidigung und Spezialverteidigung ist sogar okay. Mit 50. Naja. Ja, so wie Miss Sunny halt, ne? Besser als Bufti. Also ist eigentlich okay. Die KP sind nicht gerade viele. Aber egal. Wir sollten zumindest einmal Funkenflug einsetzen können. Ladestrahl. Eieiei, kann glauben... Boah. Sieht schon mächtig aus. Boah. Haben wir aber gut ausgehalten. Spezialangriff steigt. Ja. Ist egal. Ist egal. Wenn wir jetzt mehr als die Hälfte abziehen. Naja, sehr gut. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir das Ding hier kriegen können. Ladestrahl wird jetzt mehr abziehen als vorher. Aber macht immer noch nicht allzu viel Schaden. Sehr gut. Und dann kommt hier wieder Funkenflug. Ich mag die Attacke irgendwie. Funkenflug. Aber Ladestrahl sieht auch richtig cool aus. Aber Ladestrahl sieht auch richtig cool aus einfach. Oh ja, mag ich. Gut. Ich glaube, ich fange noch einmal ganz von vorne an. Genug Zeit habe ich ja. Das ist auch jemand, der sich Zeit lässt während eines Let's Plays. Oder macht sogar kein Let's Play. Kann natürlich auch sein. So, was haben wir hier? Delegator. Uh. Eine sehr taktische Attacke. Mal sehen, ob wir die für die Liga irgendwie verwenden werden oder sowas. Wurde ja gesagt, dass die nächsten Arena-Leiter... Oh, ein Sedimantor. Ähm. Nicht so heftig sein sollen. Also, dass die auch nicht viel mehr drauf haben als jetzt eben Geraldine. Ähm. Ja, was ein bisschen schade wäre, wenn dem tatsächlich so ist. Aber es wird sich zeigen. Sedimantor mit Juwelenkraft. Okay. Hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Aber es zieht uns zumindest ein bisschen was ab. Und das ist nicht gut, weil wir jetzt geschwächt in den nächsten Kampf gehen. Aber ich denke, so ein Sedimantor dagegen zu kämpfen, lohnt sich schon. Oder? Auch wenn es wild ist. Ein paar Erfahrungspunkte. Naja, 300. Für beide Parteien. Ist okay. Ist jetzt nicht mega viel. Aber immerhin ein bisschen. So. Ey, es ist super verwirrend, dieser Bergchen. Ich glaube, ich werde Ewigkeiten brauchen, bis ich hier durch bin. Ein Strepoli. Krass, dass es... Naja, gut. Ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass es ein wildes Strepoli gibt. Soll ich kämpfen? Ich versuch's einfach mal. Mit Ekelsamen erst einmal. Ich weiß halt nicht, was dieses wilde Strepoli drauf hat. Und vor allem nicht, wie viele Erfahrungspunkte es gibt. Oh, Protzer. Verstärkt den Angriff. Irr. Und die Verteidigung. Die fällt mir nicht gut. Gerade. Aber wir haben zumindest volle KP. Ich werde jetzt mal mit Laubklinge volle Sau angreifen. Auch wenn die Verteidigung gerade noch gestärkt wurde. Ist eben unsere mächtigste Attacke. Oh, what the fuck. Ist ja gar nichts abgezogen. Steinwurf aber auch nicht. Geht auf jeden Fall. Jetzt werden wir aber nicht ganz voll sein. Demzufolge werde ich jetzt mit Megasauger angreifen. Und mal gucken, ob wir da ein bisschen besser durch die Verteidigung kommen. Auch nicht. Ei, ei, ei. Das hält richtig viel aus. Weckruf. Ah, okay. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Okay, gegen Strepoli lohnt sich aufgrund des Zeitaufwands schon kaum zu kämpfen. Ich meine, wenn er jetzt super viele Erfahrungspunkte gibt, okay. Dann könnte ich es mir auch beim nächsten Mal noch überlegen. Aber ansonsten lohnt sich das eher weniger. Oh, es gibt 300 Erfahrungspunkte. Ja gut, das lohnt sich dann nicht für uns. So, dann lasst wir mal nach hier unten gucken. Und mal schauen. So. Ja, so ein Sedimanto. Wenn wir Swan hitten können mit Megasauger, okay. Dann werde ich, glaube ich, auch in Zukunft gegen das kämpfen. Ansonsten werde ich jetzt, glaube ich, da einen Top-Schutz einsetzen. Weil es scheint nur Pokémon zu geben, die wir schon kennen. Vielleicht ganz selten mal ein anderes Pokémon. Okay, zieht gerade mal etwas über die Hälfte ab. Katapult. Ich habe irgendwie Angst vor dieser Katapult-Attacke. Die ist nicht gerade schwach. Die macht schon einiges an Schaden. Leider Gottes. Leider Gottes. So. Wie viel gibt es? Boah, doch einiges an KP. Not bad. Not bad. Gut, ein paar Erfahrungspunkte. Und Level 36 schon für Annika. Also Annika stürmt auf die 41 zu. Das ist sehr, sehr geil. Wenn es sich dann entwickelt, dann könnten wir es auch endlich mal im Kampf einsetzen. Wobei ich das wahrscheinlich dann eher weniger erst einmal machen werde. Weil es dann halt schon so stark gelevelt ist. Wo habe ich denn Top-Schutz jetzt schon wieder? Top-Schutz. Da. Ach, das ist alphabetisch geordnet. Das kriege ich ja jetzt erst mit. Vielleicht habe ich es auch irgendwann schon mal festgestellt und wieder vergessen. Kann auch sehr gut möglich sein. Wo sind wir hier? Hier ist Charon wieder und Team Galaktik. Okay, ist hier irgendwas mit dem Stein drin? Nö. Ist hier unten irgendwas cooles? Wahrscheinlich wieder 300 Ausgänge. Okay, der ist immerhin versperrt. Das ist schön. Dann... Team Galaktik. Äh, Team Plasma. Sorry. Uff, bist du stark. Aber im Grunde bezieht ihr Trainer eure Stärke doch auch nur daraus, dass ihr die Pokémon unterjocht und ausnutzt. Deswegen wollt ihr den Pokémon also die Freiheit schenken. Na gut. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Doch wie man es auch dreht und wendet, es ist verkehrt, den Leuten mit Gewalt ihre Pokémon zu rauben. Das hat mit Stärke nämlich rein gar nichts zu tun. Hm. Oh, hier bist du also. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Also machen wir uns jetzt besser auf zum Turm. Also, Team Plasma hat jetzt die Macht, diese Welt zu verändern. In der die Pokémon seit jeher unterjocht werden. Ganz genau. Es ist doch nur natürlich, seine Macht einzusetzen, wenn man damit etwas gegen die Missstände in der Welt tun kann. Für uns ist es jetzt an der Zeit, uns um N, unseren König, zu versammeln. N ist der König, das habe ich erwartet. Diese Mistherle! Keine Ahnung, was für ein Ding die da gefunden haben, aber sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um so stark zu werden und überall Unruhe stiften zu können. Was für eine nervige Truppe. Flo, ich werde noch ein Weilchen hierbleiben. Ich möchte ein wenig darüber nachdenken, was der Champ gesagt hat. Was werde ich eigentlich tun, wenn ich irgendwann so stark bin, wie ich mir das jetzt ausmale? Und für wen oder was möchte ich überhaupt so stark werden? Das sind jede Menge Fragen, die du da hast. Und, ähm... Okay, wir scheinen auf jeden Fall den Berg schon durchquer zu haben, aber da war noch einiges zum Erforschen. Flo, wie geht es deinem Efoserp? Oh, dein Efoserp mag dich aber wirklich sehr. Der Pokédex ist natürlich sehr wichtig, aber du solltest auch viel Zeit mit deinen Pokémon verbringen. Ach, übrigens, hast du schon von der Drachenstiege gehört? Äh, nie. Noch nie davon gehört? Naja, man kann ja auch nicht alles wissen. Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus, einem rätseligen alten Mann etwas von deiner kostbaren Zeit zu schenken. Von der Drachenstiege heißt es, sie sei das älteste Bauwerk der Einallregion. Vor allem aber handelt es sich dabei um die Wiege der legendären Pokémon. Der Überlieferung zufolge hätten diese dort das Licht der Welt erblickt und ruten immer noch an diesem Ort. Hm, die Drachenstiege liegt ein Stück hinter Nevaio City. Mehr weiß ich leider auch nicht, denn schließlich hat noch kein Mensch diesen Ort je betreten. Natürlich. Natürlich hat hier noch niemand betreten. Ich werde es bestimmt machen. Ich bin der erste Mensch, der an diesem Ort sein wird. Meine Tochter hat stets versucht, das Geheimnis der Drachenstiege zu lüften, jedoch vergebens. Daher ist es jetzt an ihrem alten Herrn der Sache einmal auf den Grund zu gehen. Man sieht sich. Bye-bye, Eberhard. Oh Gott, lebe wohl. Du hast bestimmt auf Englisch einen deutlich cooleren Namen, oder? Nevaio City, die Stadt, ist ein Stern am frostigen Firmament. Firmament ist auch so ein Wort, das man irgendwie auch wieder vergessen kann, ne? So. Wir gucken uns aber mal noch ein bisschen weiter hier oben. Hier unten geht es nach wie vor nicht weiter. Okay. Aber es ging auf jeden Fall an anderen Punkten noch weiter. Können wir jetzt nach Nevaio City eigentlich fliegen? Wahrscheinlich, ne? Also nur für den Notfall, dass wir den Gang nicht mehr finden dahin. Wo sind wir hier? In die Seiten geht es nicht, auch wenn es so ein bisschen so aussieht, als wäre ein Tunnel. Boah, es ist super schwer zu erkennen, wo man jetzt langlaufen kann und wo nicht. Kommt man hier hoch? Einfach ja. Okay. Haben wir zumindest nochmal einen Top-Track gefunden. Hat sich schon mal gelohnt, hier sich nochmal ein bisschen entlang zu schlängeln. Da oben. Wir haben hier noch einige Trainer. Sehr viele Trainer sogar. Gegen die würde ich auch gerne, gerne kämpfen. Ist nur die Frage, ob wir das jetzt schon tun können. Weiß ich nämlich nicht. Schutz wirkt nicht mehr. Der Dude da oben, gegen den haben wir nicht kämpfen können. So. Zu dem Forscher müssten wir eigentlich kommen, wenn wir nach unten gehen. Und ich glaube, in diesem Schnee tauchen keine Pokémon auf, oder? Oder tauchen sie doch auf? Wäre natürlich auch möglich. Weiß ich nicht. Sieht aber nicht danach aus. Auf jeden Fall, zu dir müssten wir gelangen können, ne? Du kannst dich glücklich schätzen, mir auf deiner langen Reise begegnet zu sein. Wenn du den Kampf gegen mich gewinnst, werde ich dein Pokémon-Team heilen. Uh, das ist cool. Dass wir mitten in diesem Zentrum der Trainer wieder jemanden haben, der uns heilen wird. Theodor. Mit einem Methodis. Ah, okay. Das war Typ Psycho, ne? Demzufolge können wir da auch einfach mit Laubklinge agieren. Auch wenn es pflanzlich aussieht, es ist kein Pflanzen-Pokémon. So. Deswegen einfach volle Sau rauf da. Es überlebt aber. Seah. Okay. Könnte gefährlich werden. Aber wenn wir es schnell genug ausschalten, vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Hatte er noch ein Pokémon? Wenn ja, dann wird uns Seah höchstwahrscheinlich treffen. Was mir nicht gefallen wird. Okay. Er hat noch ein Pokémon, und zwar einen Somnivora. Dann wechsle ich einfach mal, weil eine Attacke von Somnivora plus den Seah muss ich nicht haben. Deswegen wirklich auf ein Unlicht-Pokémon, und dann sollten wir da ganz gut schon mal gegen, äh, gewaffnet sein. Guten Tag, Somnivora. Wie geht's dir? Alles gut? Joa, Knirscher. Dunkle Klaue wäre natürlich auch eine Alternative, aber Knirscher bekommt eben noch Step-Bonus. Den können wir das dann auch einfach mal nutzen. Somnivora hat, glaube ich, Unmengen an KP. Beschwörung. Es schützt das Ginglische Team vor Volltreffern. Ich vergesse immer wieder, was es macht. Tja, Seah ging wohl daneben, beziehungsweise hat keine Wirkung auf mich, weil ich ein Wesen der Dunkelheit bin. Ich bin voll das Gangster-Crokodil. So, Hochmut von Buf, die wirkt und bringt mal wieder nix. Naja, ich kenn das schon. Gut. Offensichtlich ist dein Pokémon-Team topfit. Ja? Ja. Aber etwas heilen wäre doch ganz gut. Nach dem Kampf solltest dein Pokémon-Team immer in aller Ruhe verarzen. Ja. Mach ich auch, ne? Mach ich auch. Die Gesundheit ist dein größtes Gut. Es gibt einfach nichts Wichtigeres. Oh, das ist ja nett von dir. Einen festen, sicheren Stand auf abschüssigen Pfaden zu haben, das gibt mir das Gefühl zu leben. Ich wusste doch, diese Eistrainer kämpfen allesamt nicht. So, jetzt können wir doch nach hier ganz oben. Boah, sind wir von hier gekommen? Nee. Hier wäre auch nochmal ein anderer Ort. Oder kann sein, dass wir da reingegangen sind. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kommen wir hier wieder zu diesem Dude, gegen den wir nicht kämpfen konnten? Glaube schon, ne? Nee. Aber es ging auf jeden Fall noch nach hier unten. Vielleicht kommen wir da zu den anderen Trainern, die sich hier noch befinden. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Sieht ganz gut aus. Flur hat das Item Hyper Eiler ge... Hyper Eiler. Den Hyper Eiler. Jo. Digga. Ach, man kommt hier gar nicht lang. Oh. Okay. Ja, dann lass uns hier reingehen halt. Dann lass uns halt hier reingehen. Gib mir mal nochmal Top-Schutz. Jo. Dankeschön. Und dann geht's weiter. Hier haben wir noch einen Wanderer. Wanderer sind gut. Die haben meistens Gestein-Pokémon. Das gefällt mir. Wenn ich von Felsen umgeben bin, geht's mir meine... Mir geht's mit meiner Motivation bergauf. Wir haben übrigens immer noch nicht Stärke benutzt, ne? Oder mussten wir es noch nie benutzen, richtig? Oder doch? Ne, ne? Glaub nicht. Ein Flecknoll. Ah, okay. Ein Flug-Pokémon ist eher unpraktisch. Aber ich glaube, ich werde mich versuchen, dem Kampf zu stellen. Vor Flecknoll habe ich jetzt nicht so mega Angst. Deswegen beginnen wir schon mal mit Egelsamen. Um dauerhaften Schaden austeilen zu können. Amnesie. Ah, okay. Steigert die Spezialverteidigung. Wachstum. Steigert Wachstum auch unseren Angriff? Ja, ne? Dann könnten wir uns eigentlich pushen. Wachstum steigert doch jetzt Spezialangriff und Angriff, oder? War dem so? Angriff steigt und Spezialangriff. Ja, richtig nice. Oh, Gedankengut. Gedankengut ist weniger praktisch, weil es damit nicht nur seine Spezialverteidigung stärkt. Die wäre mir relativ egal gewesen, sondern auch seinen Spezialangriff. Und wenn es dann doch mal attackiert? Ah, ich weiß nicht. Deswegen vielleicht doch mal mit Laubklinge angreifen. Mit einem gepushten Angriff könnten wir gut Schaden machen, auch wenn es nicht so effektiv ist. Joah. Sieht ganz gut aus. Nochmal Gedankengut. Okay. Hat jetzt schon den doppelt so starken Spezialangriff. Aber Ekelsamen könnte schon reichen. Ah, ganz knapp natürlich nicht. Wir könnten jetzt nochmal Wachstum einsetzen. Oder wir gehen auf Nummer sicher und beenden das. Ich glaube, wir beenden das einfach. Ein bisschen gepusht wird schon reichen gegen diesen Wanderer. Je nachdem, was er jetzt für Pokémon einsetzen wird. Aber so ein klein bisschen mehr Angriff und Spezialangriff ist schon ganz nützlich, glaube ich. ein Silimantur. Okay. Das werden wir wahrscheinlich auch mit einer gepushten Laubklinge nicht down kriegen, würde ich mal vermuten. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh, so knapp. Robustheit. Ah, okay. Alles klar. Das erklärt einiges. Wir hätten es tatsächlich down bekommen. Aber ich vergesse immer die Fähigkeit Robustheit. Die ist halt echt richtig nützlich, ne? So. Ja, dann einmal Megasauger und dann Bye-bye Silimantur. Bye-bye. Frat. Ich hoffe, du hast noch ein Silimantur. Die geben schön viel Erfahrung. Zumindest von Trainern. Und als nächstes ein Strepoli. Okay. Okay. Strepoli. Werden wir auf jeden Fall eine Attacke überleben, denke ich. Und unsere Laubklinge wird hoffentlich Schaden machen. Wobei es bei dem wilden Pokémon schon nicht so viel Schaden gemacht hat, ne? Ah, aber über die Hälfte ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Aua. Aua. Weckruf ist echt nicht schwach. Aber dafür, dass Laubklinge eine erhöhte Volltrefferquote hat, hatten wir, glaube ich, noch nie einen Volltreffer mit Laubklinge, oder? Okay. Volltreffer. War klar. Hätte ich mal vorher ansprechen sollen, das Thema. Level 35. Nur noch ein Levelchen. Könnten wir sogar per Sonderbonbon geben, aber machen wir, glaube ich, nicht. Wenn ich verliere, geht's mit meiner Motivation bergab. Ihr könnt mir übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, wo wir denn einen Finsterstein herbekommen, den wir zum Entwickeln von Annika nachher brauchen werden. Das weiß ich nämlich nicht. Also, wenn ihr da irgendwas wisst, könnt ihr das ja gerne reinschreiben. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier an dieser Stelle erst einmal und erkunden den Berg und das Drumherum beim nächsten Mal dann weiter. Und dann werden wir uns wahrscheinlich auch noch Newayo City angucken. Das wird sehr interessant. Und vielleicht entwickelt sich Gekki beim nächsten Mal. Gekki! Yeah! Ich freue mich. Wir sehen uns. Bis dahin. Und... Tschüss. Tschüss.